Ja. Ich weiß, wie es geht. Pass auf, ich schütze mich hier erstmal. So, pass auf. Du stellst dir ein Portal da oben hin, wo die Dinger gegenflatschen, gell? Ja. Dann stellst du dir ein Portal bitte hier runter. Ja. So, und jetzt drück mal. Okay. Ah, drück. Was? Was hast du damit vor? Das funktioniert nicht. Doch, doch, warte. Lass mich mal machen. Ja, okay. Ich mach gar nichts. Ich warte hier am Geländer. Dann guck dir zu. Sag mir Bescheid, wenn ich drücken soll. Bitte, drück mal. Oh. Das ist natürlich nicht schlecht. Na? Ja, das hätte ich auch gewusst. Ach, er hat Tschüss gesagt. Doch, wie niedlich. Hätte ich diese Tests reparieren können, werdet ihr mit Sicherheit gescheitert. Ach, halt die Fresse. Also nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten, primitiven Tests. Ach, mach doch selbst mal die Tests. Nein, so, dann steht's da. Hä? 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 Fangen wir es an gemacht. Ah, fang. Gut gemacht. Gut gefangen. Fang, fang, fang den Ball. Was machst du? Eben hat es auch geklappt. Ach so, das Ding geht immer wieder. Nee. Wo ist die Brücke hin? Ach so, warte ganz kurz. Fang, fang den Ball. Was machst du denn? Hä? Ach so. Ja. What? Warte. Ah. Nein. Komm hier aber auch nicht hoch. Ich muss da hin. Nee, muss ich nicht. Ich sehe hier, dass man die nicht einfach fangen kann. Okay. Um. Um. Um, num, num. Hä? Ja. 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 Also irgendwie muss der Ball hier rein. Ah, 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 ha, ah, ah, ha, 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 ha. Mach da mal ein Portal bitte. Dann da oben an die Decke. Genau. Wie, 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 so komme ich da nicht ran. Ja, warte, warte, warte. Pass auf. Der kommt jetzt da oben durch die Decke durch. Guck, siehst du es? Da weitisht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Zuhören. Warte, weitisht. Zuhören. So, pass auf. Der Ball prallt an den. Spast. Man. Lass ich doch mal erklären, man. Das ist mein Portal. Das bleibt da. Spannend. Nee, pass auf. Du fängst den Ball mit dem Ding ab. Das prallt in mein Portal rein. Kommt da oben raus. Und eben hattest du nur Schräge. Und sobald der Ball abgeprallt ist, machst du die Schräge. Und dann prollt der Ball zu dir runter. Verstanden? Ah ja. Ja. Und? Was? Siehst du? Ah, der Ball. Kommt. Runde Gold. Wow. Wunder geschehen. Bam! Wo ist der Ball? Achso. Der ist gerade runtergefallen. Nein, was? Erschreck mich nicht so. Okay, müssen wir den Hebel drücken. Drei. Warte. Drei. Jetzt. Drei. Jetzt. Drei. Jetzt. Siehst du, wir müssen nicht mehr sein. Bitch. Toll. Mann. Dass du genau meine Portale wegmachen musst. Äh. Äh. Hä? Lass mal umgucken. Müssen wir irgendwas mit dem Ball machen? Nee, ne? Nee. Wir müssen da rüberkommen. Ja. Dann hab ich die Lösung. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, nee. Doch nicht. Mit der Pritsch. Ah, ich weiß wie, Sepp. Ich weiß wie. Ja. Mach mal die Brücke. Ah. Ah, das zartiges Gelände war. Wo bist denn du? Na, hier drüben. Mach mal die Brücke da so hin. Wie so hin? Mach mal da oben bitte noch ein gelb-blaues. Hier her, warte. Ja, genau. Darf ich dir hinterher kommen? Was hab ich denn? Du hast hier ein Orangenes. Also, ja, das Gelbe halt. Ja, mach mal deins bitte weg. Das ist eine gute Idee. Warte mal. Nein, 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 nein. Pass auf. Du musst jetzt... Ja, das funktioniert. Springen wir runter. Ja, äh... da. Darüber musst du deins setzen. Okay, und go. Nein, ich war zu langsam. Oh, hi. Ja, wir prallen dann aufeinander auf und so. Wahrscheinlich. Wir fangen uns gegenseitig dann ab. Aber die Idee war richtig. Weil der Sepp mal wieder Ahnung hat. Irgendwie. Nicht. So. Selbem Spiel wie eben. Nope. Jetzt selbem Spiel. Ich gehe über die Brücke. Bist du da? Okay. Okay. Hoffentlich schaffe ich es diesmal. Ja, Badalow. Bam. In your face, bitch. Doch. Macht Spaß. So. Bzzz. So, hier ist wieder bestimmt irgendwo eine CD. Ah, gefunden. Na, komm her. Na, komm her. Na, komm her. Komm her jetzt. Du blöde zu Ding. Ah. Ah. Ja. Am besten du gehst einfach über die Türsche Stadt rumrum. Klar. Schade nicht. Das sieht bestimmt gut aus. Bla, bla, bla. Kann sein. Ja, bla, bla, bla. Und mal Tab. Tab. Ja, das ist bei mir Y. Ja. Bla, bla, bla. 53, 12, 17, 18, 29, 16, 77, 12. Das wäre böse, wenn du dir den Code hättest merken müssen. Ja, wenn, dann muss man bestimmt eingeben oder so. Gut, das wäre ich. Ja, wir sind da perfekt für. So, jetzt sind wir wieder im Hubsen. Können wir eigentlich auch erstmal wieder einen Aufnahmestopp machen. Reicht dann wieder. Weiß nicht, willst du? Ja, 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 ja. Ja, 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 okay. Dann, dann ja. Jo, ja, weil halt so. Brückenschlag! Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Ja, kein Problem. Wo? Haha, ich hab' ich glaub' ich auch noch nicht. Oh, ich weiß, wie wir denn müssen, Seth. Ich weiß, wo! Was? Darunter? Jaaa. Jaaa. Ja, aber er schmetert. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich könnte mal ein Team, das sich noch näher stand. Ja. Aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere hat mich nun... Naja, der wird noch irgendwo existieren. Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Ja, ja, ist ja gut. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Portal 2 wieder. Bis zum nächsten Mal.